Hallo liebe Freunde, dieses Mal waren wir in Hamburg in einer großen Miniaturausstellung. Dort erleben wir viele Sehenswürdigkeiten. In Hamburg sehen wir den Hamburger Hafen, einen Großbrand und noch vieles mehr. Danach gehen wir zu den Goldsuchern in die USA und machen einen kleinen Trip durch den Wilden Westen. Und zu guter Letzt sehen wir noch beeindruckende Schiffe in Skandinavien. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Das alles und noch viel mehr findest du auf www.deutsche-gastfamilie.de Tschüss!